Und jetzt geht es wieder an mit der Delta Force und Frost. Bershevsky? Kutota. American Special Forces, do you speak English? Yes, yes. My security's dead. They're coming for me. Stay calm. We're en route to you now. Where are you exactly? Closet. Which floor, sweet? Which side? I don't know. There's a building across the road. A sign on the roof says Riesdorf. Please hurry. Okay, put the phone down and don't move. We'll come to you. Athena is still with us. Weapons tight and don't throw any shots. Okay, also gehen wir los. Alina Wyshevsky. Zu holen. Warum es gerade so geleckt hat bei der Vorschau, weiß ich nicht. Und wow. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Was ist hier passiert? Goddammit. Wow. 20 Minuten früher. Scotch Earth. Versenkte Erde. In Berlin. Da war die Nordvolksbahn. Messierentr oder so. We're gonna watch their backs. Okay. Also holen nicht wir sie da raus, sondern... OPG, look out! Wow. Ein paar andere und auf die passen wir jetzt schön auf. Das wäre ja langweilig, wenn wir dabei nicht irgendwie aufgehalten werden würden. Okay, ich probiere jetzt mal wieder auf die... langsame Methode. Einfach mal Sideman vorzulassen. Das scheint mir irgendwie die sichere Methode zu sein. Der wird wissen, wo es lang geht. Wow. Und wie der Hase läuft. Wow. Schießt halt auf mich. Was soll denn sowas? In so einem Spiel. Hoch. Was habe ich da für eine komische Waffe? Mit so einem sinnlosen Visier. Was soll denn gerade schon wieder Messern? Das ging schon wieder daneben. Ich bin einfach kein Messerexperte. Und kein Sniper-Experte. Was kann ich eigentlich? Außer mit Assault-Riffles und nicht baggern. Nichts. Clear. 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 Oh Gott, geht hier viel Glas drauf. Was ist das mit den Menschen? Warum kann ich da nicht? Ha! Geht auch. Hoppla. Beim Dieren her. So, der war einmal. Das sind doch Bots. sollten die jetzt eigentlich besser sein als ich, also zumindest die, die bei mir sind, aber ne. Los sein, Mann. Ja, ich bin schon dabei. Ich bin dabei. Ups, okay, ich war mir nicht so fast, wie es geht. Kennt sprich. So. Auf nach da vorne. Zack. Nein, die sind da gleich nicht mehr. Hey. Ich glaube nicht. So, wo sind da noch welche? Da. Gut. Dann geht mal los. Ja, mhm. Warum musste ich das jetzt auch mal machen da? Obwohl die das sowieso alles kaputtfeuern muss. Na ja. Was denn wo? Ja, 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 ja. Ich lasse sie zugedeckt. Dann kontakten wir die mal nicht. Oh, ah, da oben. Nein. Auf doch. Okay, das klingt gut. Das ist Valkyrie 2-6 in der Airspace-Tenance-Service. Stand bei für die erste Target. Das ist nett von dir, Valkyrie. Zack. Zack. Verheilt euch. Verheilt euch. Jetzt sind wir gar nicht mehr. Okay, wunderschön. Ah, da können wir noch kurz warten. Kommen wir mal da an. Und zwar bis da. Tally-Target. Tally-Target? Was heißt Tally? Hübsch. Gut, gut, dann... Ich dachte, die hübschen da rum. Aber die gehen runter. Oh, das klingt gar nicht gut. Okay. Gar nicht gut. Uh oh. Nicht gut. Gut, dann rappeln wir uns mal zu den German Tanks. Hübsch. Höp, runter da. Zack. Wow. Haben wir noch einmal her. Geht es hier lang? Ist hier irgendwas? Diese kaputten Häuser. Ist aber nicht hübsch. Sind deren Teams alle nach Materialien benannt? Onyx, Metall, Granit American Team, they are firing on our bridge. We need you to take out their tank. American Team, they are firing on our bridge. We need you to take them out. We can't take much more. We can't take much more. Yeah, I'm still here. Let's go. We need you to take a take with an RPG. Good hit. Good hit. Let's go, move out. Let's go, move out. Boom. Wow, Granite, lass mich doch... Oh, genau. Lass mich jetzt nicht wegrennen. Let's go, move out. ... So muss das sein. Ich wollte ja hinten bleiben. Dann bleib ich aber mal hinten. und zwar dieses Visier, was ich eigentlich für unnötig halte, aber... Hepp! Esst das! Und da hinten noch ein paar zack 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 zack! Push forward! Gibt es hier einen Forward-Knopf? Welcher Fluss fließt eigentlich durch Berlin? Ich hab keine Ahnung, meine Geografie-Kenntnisse sind unglaublich schlecht! Aber können die einfach wieder aufstehen, nachdem sie eigentlich zu Tode geschlossen wurden? Die ballert man zweimal halt zu Tode und die stehen einfach wieder auf! Oh nein, ich kann das nicht! Wie fies! Hey nein, das wollte ich doch gar nicht! Ich will lieber die Pacheng! Was auch immer das ist! Oh, hübsch! We are clear! Advancing now! Vorschlaghammer! Und Zerstörer! Das sind mal unglaublich gute Tanknahmen! Besser als Delta-1 und Delta-2! Das ist mal der Goliath! Okay! Okay! Das hatte ich schon! Hurra! Das hat zu viele Gegner! Das ist ja so ein fettes Ding! Das ist ja so ein fettes Ding! Und das quasi unmöglich ist, zu rennen! ... ... ... ... ... Wo ist der andere Panzer hin? Wo ist der andere Panzer hin? Das war noch ein Relief nach zwei. Oh der ist schon da vorne. Das ist so ein Templer Kreuzer. Ich dachte, da wäre ein Hakenkreuz drauf. Den Amerikaner hätte ich es zugetreut. Hupss, sorry Private Witty und Kelly. Ich werde mal hier Entdeckungen suchen. Hier gibt nichts interessantes mehr. Über Stacheldraht kann ich natürlich nicht drüber springen. Hoppla, wow! Wow, Auto! Ich bin gerade echt ausgewichen. Wow! Okay. Wo sind meine Hände? Wo sind meine Hände? Hilfe! Gut, da sind sie. Glück gehabt. Das kommt mir verdammt bekannt vor. Gottdammit, was ist passiert? Status on the ground? Uns geht´s scheiße. Das ist der Status. Vergiss es. Hoppla. Wohler. Ah, geiler. Das sind die Strafenschilder. Das sind die Strafenschilder. Das sind die Strafenschilder. Oh ja, in der Tat. Das ist ein ziemlicher Punkt. Da stehen Straßenschilder. Einfach mitten im Haus sitzen. Das geht doch nicht. Da ist der Panzer. Ja, da habe ich doch ziemlich Angst. Das holt mich hier raus, verdammt. Wow, 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 wow. Was bricht hier zusammen? Lass mich hier weg. Nein, wir sind gar nicht easy. Raus hier. Lass mich raus. Ah, wunderschön. Hotel heißt ich Horstisch oder so? Oder... Ah, nein. Hotel heißt Hotel. Oh Gott, ist das hier ein Ding. Ich muss mir da bloß ein waffenartiges Teil geholt. Wer soll denn damit schießen? Overlord, wir sind auf dem Target-Bilding. Any update on the girl? They're moving her to the 3rd floor for extraction. You have zero time. We're losing her. Nein. Ja, ich werde schon auf dem Weg. Oh, da sind die Bösen. Die Bad Guys. Wow, von oben auch noch. Los, einfach durch. Komm schon. Seit mal, wo bist du denn? Wow. Komm her, verdammt. Wow, wow. Seit mal, komm rüber. Mach auf. Oh Gott, meine Armut ist gleich leer. Oh, RPG. Die letzte Waffe, die ich noch hab. Kann ich mal so gut. Los doch. Oops. Seit mal. Seit mal. Verdammt, steh auf. Wo bin ich die Pistler dabei mache? Verdammt. 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 Jetzt haben wir ein wirkliches Problem .